Ich hatte in letzter Zeit mal wieder richtig Lust auf Fortnite und dann habe ich mir zwei besten Spieler Deutschlands rausgesucht, um mit denen zu spielen und das sind Danny in Rage und Snakey. Wundert euch nicht, warum Danny erst Level 1 ist, das ist jetzt nicht so, weil er das erste Mal in seinem Leben eigentlich Fortnite spielt. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr natürlich mehr davon sehen wollt, würde ich mich natürlich mit einem Daumen nach oben und gleich sogar ein Abo freuen. Schaut natürlich auch gerne bei den beiden vorbei, die sind beide in der Videobeschreibung verlinkt, würde mich aber auf jeden Fall riesig freuen. Grüße gehen natürlich auch noch raus an NoFo, aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Weil wir erstmal so ein bisschen defensiver landen. Was ist das? Da gehen die ganzen Schwitzer hin tatsächlich. Hier scheinen aber gerade keine gelandet zu sein irgendwie. Wo finde ich denn Wappen? Warum ist dieses Haus leer? Ich baue auf einmal, wie mache ich das weg? Möchte jemand so kleine Schildtränke haben? Ich brauche welche. Oh, warte, hier ist ein Lama, da unten läuft ein Lama. Ich will das Lama sehen. Ja, es läuft weg, hallo. Nein, ey, genau. Ja, doch, weil, ja, es läuft weg. Das ist eine Lama, hä? Es droppt Items, das Lama. Okay, okay, es ist, ja, okay, es ist explodiert. Das Lama ist abgehoben, nicht explodiert, Alter. Ich dachte, hier ist, hier ist hier richtige Action, aber hier ist ja gar nichts. Okay, hier wäre noch so ein großer Schildtränke, nimm den mal mit. Dein Skin gefällt mir sehr gut, sehe ich auch gut aus? Ja, gut. Ich hole euch ab, alle einsteigen. Wehe, ich gewinne meine erste Runde nicht. Hier ist ja, hä, wo ist die denn alle? Nach uns, beinern, beinern, hab ihn. Hier sind ganz viele, oh Gott, oh Gott. Ich rush ihn mit dem Taxi. Die sind hier im Haus, glaube ich. Oh, da ist einer. Oh, ich muss nach, oh, ich baue aus Versehen. Oppala, das, oh mein, neben uns, neben uns, Alien. Ja, 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 alles gut. Ich habe jetzt schon vier Kills. Action schon vorbei, Alter. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Zone. Wo ist unser Wagen? Das habe ich, glaube ich, im R versenkt. Wir sind in der Wüste. Oh, hier sind Schritte, Vorsicht. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier, bei mir. Auf dem Berg oder so sind welche, glaube ich. Da liegen Tote, in überall Loot. Danny, steig ein, du bist ein hauptungsloser Fall. Ah, ey, der hat mich angefahren. Es tut mir leid. Oh, da ist einer, ja, hier ist einer. Einen habe ich totgefahren. Komm mal her, komm mal zu mir, komm mal, ich zeig dir was. Guck dir, okay, ich übe jetzt, oder? Aha. Das ist so. Okay. Und jetzt, so. Oh, guck, guck, guck. Junge. Guck. Der ist schon richtig professionell. Jetzt kann ich übers Wasser mit dem Auto. Also, wenn das kein Win wird, dann weiß ich aber auch nichts. Beim nächsten Mal holen wir noch Lordzocker dazu und dann läuft. Oh, ja. Okay, dann gehen wir zum Loot Drop einfach. Da vorne, vorne, links. Hier, diese Bären, die sind gut. Er ist down. Stark. Da schießt ein Sniper auf. Noch einer down, zwei down. Hier ist eine Pizza. Oh, er hat mich mit geschossen. Oh, oh, das Sniperschneipschneipschneip. Oh, er hat mich mit geschossen. Von zwei Seiten wird auf mich geschossen. Den einen vor mir habe ich. Oh, ich habe eine MPC hingeschossen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Den holen wir. Oh, hier sind Schüsse. Sehr schön. Wir haben übrigens gleich gewonnen, Stippen, nur noch einer. Ich habe sieben Kills und lass Alien den letzten kennen. Lass es episch darstellen. Knall richtig heftige Musik drunter. Oh, okay, okay, okay. Da sehe ich uns. Mein Freund, wofür spätst du dich? Na ja, gut, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen abwarten. Okay, weil ich habe hier Schritte hier. Oh. Ja. Erste Runde, erster Sieg. Ja, das ist doch... Das war easy. Dann, äh, Delta Towers. Daily Buckle ist sogar von Spider-Man. Ja, dann lass uns da hin. Und hier gibt es auch irgendwo Spider-Männer. Also Spider-Man-Fähigkeiten, Dinger. Ich habe eine Saugnappsgranate. Ich will damit Aliens Toilette säubern. Okay, ich habe jetzt auch so ein Spider-Man-Ding. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns wieder irgendwie ein Auto oder so und fahren wieder irgendwie ein bisschen rum, oder? Ja, würde ich sagen, ne? Alien, zeig mir mal, wo deine Wohnung ist. Ich habe hier einen Saugnapf für deinen Klo. Oh, sehr gut. Ich glaube, da oben, ja. Okay. Aber ich sage es dir, nach diesem Ding ist deine Toilette clean. Ja, gut. Gibt es hier Autos? Habt ihr schon welche gesehen? Was denn? Verbände? Autos. Autos. Ach so. Na gut, die haben ja alle die Spider-Man-Dinger. Eigentlich brauchen wir gar kein Auto. Auf einmal habe ich einen Pizza-Lieferantenjob. Ich habe eine Pizza dabei. Hey, Dino ist hier. Oh, nicht anschießen. Wenn man auf den drauf geht, dann schießt der so eine Fontäne und dann fliegt man hoch. Wenn man vorne auf dem Kopf steht. Okay, hier sind irgendwo Schüsse. Okay, den hole ich. Komm. Oh, der ist nicht schlecht, glaube ich. Na, sehr gut. Auf mich wird geschossen. Ja, wir müssen auf die Bots aufpassen. Ja, lass die Bots holen. Wenn wir schon keine Gegner haben, einer ist down. Schön. Ja, lass mal hier so rein, oder? Da, wo ich markiert habe. Ne, das ist aber auch schon wieder niemand. Hä? Da vorne ist ja jemand. Der hat direkt gebaut. Okay, rechts sind irgendwo Schüsse von da hinten. Keine Ahnung. Niemand in Sicht. Doch, da irgendwo müssen Schüsse. Oh, da ist es. Hier unten ist jemand. Ich habe einen. Ich komme mal eben zu euch. Oh, vor euch sind irgendwo Schüsse da bei euch. Müssten die, glaube ich, sein? Also, ich habe gerade einen gefinisht, der hier. Achso, okay. Dann machen wir noch eine Kopfgeldjagd. Wollen wir dann da hin, oder? Ich bin schon auf dem Weg. Achso, okay, ja. Dann komme ich mal hinterher. Oh Gott. Alien, ich helfe dir. Hier sind auch noch irgendwo Schüsse. Schön. Oh, er baut, er baut vor mir. Ich baue auch, ich baue auch. Aus Versehen, aber ich baue auch. Er schießt auf mich. Er hat Hits. Ihr könnt ihn finischen. Ich bin außerhalb der Border. Was nirgends, Digga. Werf ihn außerhalb der Base. Was nirgends, Digga. Oh, 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 aui. Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Oh, hier ist, hier kommen die Bowskills. Krass. Junge. Das geht ja schon voll gut. Ist da um. Stark ist noch einer. Einzelschuss-Ding. Hier unten ist I made. Okay, es lebe noch fünf. Ich glaube, da ist wer. Ich habe ihn mit irgendwas beworfen. Oh. Also, ich würde sagen, wir fliegen einfach nur ein bisschen rum. Was nehmen wir jetzt noch vier andere? Okay, wir schießen noch alles, was sich bewegt. Hab noch einen Down. Da kommt auch einer. Schön. Jetzt nehmen wir noch zwei. Oh, vor mir, er baut. Vor mir sind, glaube ich, zwei. Oh. Ich muss ba... Ich baue oder so. Oh mein Gott. Wo ist meine Waffe? Okay, ich muss nachladen. Ja. Kein Problem. Oh, Stark. Sehr gut. Ach, ja, ja. Zwei von drei. Ich habe drei von drei gecallt, ne? Das könnte was werden. Wo gehen wir hin? Tailed Towers. Ja. Ja, ich glaube, Greasy Groove geht mehr ab. Ja, dann lass... Ja, dann lass da ein. Okay, ja, hier kommen schon deutlich mehr mit. Genau bei dir, Alien. Genau bei dir. Ich glaube, der hat einen Carnage Skin. Also, pass auf. Der hat einen Carnage Skin. Ich wiederhole. Ja, der hatte, glaube ich, Internetprobleme. Der ist fast tot. Der braucht noch einen Hit. Na, hab ich. Oh, schon zwei Kills. Sehr gut. Kann man mit der Angel machen? Der ist einfach mal. Fische fangen. Ich angle jetzt einen Alien. Ey, nein. Was? Wie ging das denn, hä? Du gehörst jetzt mir. Ich habe dich geangelt. Das ist offiziell. Hm. Der ist gefunden, hat das behalten. Da ist einer. Oh, der kann sogar bauen. Dann sollten wir ihn erschießen. Von da kamen Schlüsse gerade, glaube ich. Ach, Pipp. Ja, ich habe ihn. Alle einsteigen. Es geht Richtung Zone. Oh, nein, Pion. Und da vorne läuft einer. Oh, ja. Ich sehe ihn. Kann ich hier rüberfahren? Warte, ich versuche ihn zu snipen. Nein. Oh. Nichts kann der. Nichts. Aber hier müsste es irgendwo auch Spider-Man-Dinger geben, oder? Ja. Oh, hier sind irgendwo Schüsse. Bei dir sind die? Ja, nee. Ich war das, um das Ding runterzuholen. Ey. Hallo. Ja. Ich habe noch einen Alien gefangen. Dann würde ich mal sagen, auf zu Snakey. Jo. Ja, Snakey. Jetzt hast du nicht dieses coole Spider-Mans-Zeug. Ich habe einen gekillt. Sehr schön. Oh, hier ist einer bei mir. Oh, das sind NPCs. Ab einen. Einer snipet auf mich. SOS. Hilfe. Vor dir. Ab ihn. Oh, weiß ich. Hier sind Schritte bei mir. Ach, da sind die Bots. Okay, ich gehe hier lieber. Okay, lass die Bots holen. Alien, ich habe jetzt eine blaue Angel. Wo bist du? Oh, nee. Auf mich wird geschossen. Oh, warte, da ist ein Lama. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lass mich mal. Fahrt man da ganz kurz nicht dahin, bitte. Kann er auf ihm reiten, oder? Er hat es eingebaut. Junge. Er hat die 90s gecrackt, oder so. Einfach drauf sprayen. Das heißt, es gibt gute Sachen. Oh, da wird auf mich geschossen. Hier links sind, glaube ich, irgendwo Schüsse eben gewesen. Oh. Ich glaube, ich habe einen gesehen, wenn das kein NPC war. Ja, da läuft einer. Ich schieße auf ihn, der hat Hits. Links von dir jetzt Joker. Hä, ich konnte. Sehr gut. Okay, da ist noch einer. Ich sehe ein Karnisch im Wasser. Wie viele leben noch? Wo sehe ich das? Zehn leben noch. Unter der Karte siehst du das. Oh, hier ist noch einer. Oh, scheiße. Scheiße, ich werde von zwei Seiten besnipet. Wir laufen weg. Einer ist tot, Alien. Wo ist der andere? Hab den anderen. Oh, sehr gut. Okay, es leben nur noch vier. Das heißt, nur noch ein anderer. Oh. Natürlich. Drei von drei, Jungs. Geil. Ich habe noch nie ein Fortnite verloren. Ist euch das klar? Okay, das war's schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich dazu über den Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo freuen. Schauen wir uns natürlich auch gerne bei den beiden vorbei. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. 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 Vielen Dank.